Da kann ich heute Abend noch Melonen Schöne, leckere Melone, ein bisschen Vitamine. Sieht auch schön aus, die Brombeeren esse ich, die hat sich das letzte Mal ausgespuckt, aber sie kriegt die Melonen, wenigstens ein Teil. Die haben auch schön Flüssigkeit, ist dahin geschoben, ist runtergefallen. So. Irgendwie ist die Donner mit ihrer Nase immer schneller, wie ich mit meinen Fingern. Bis ich ins Bild komme, schnappt die Melone schon weg. Halt! Erst die Melone zeigen, sonst glauben sie nicht, dass du das isst. Jetzt ess ich auch mal was und dann kriegst du Rest. Erst. 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 Erst.